Und das finde ich ja gut als Ansatz, wenn der euch auch allen passt. Ich bin ja da der Letzte, der irgendwie sagt, nein, wir wollen jetzt gerne alles. Sondern wenn die Voraussetzung ist, dass wir sagen, es sind vier Schauspieler, die sich treffen mit einem Regisseur, weil sie ein neues Videoformat machen wollen. Sollen wir es jetzt improvisieren? Wo soll ich den Text jetzt herholen, du Komiker? Auf deinem Handy. Ich habe doch alle Texte geschickt gestern. Danke, das habe ich verstanden. Es gibt einen Regisseur, der möchte euch jetzt ein Skript vorschlagen. Moment, ganz locker. Bei mir wird es jetzt kalt auf der Terrasse. Dann geh rein. Der Weg könnte ja auch sein, dass sich vier Schauspieler darüber streiten, was für eine Form zu suchen ist. Ich kriege auf jeden Fall nicht alle sechs, uns alle sechs auf die Leiste. Ich kann nur schnell selbst bei vier Buchstaben. Fünf, du Legastheniker, fünf. Ich stehe zu meinen Schwächen. Ja, ich habe eine Lese. Ist doch egal, ich bin das Original. Wir schreiben eine Story, die aufgrund der Charaktere vorangetrieben wird. Wenn jeder für sich jetzt miett hat, wo er hin muss, was er will. I can kill you with a single thought. I can kill you with a tray. Yes. Der Regisseur, der unbedingt einen Film jetzt machen will, weil es ist so geil, jetzt können wir zusammen was machen. Ja, die Antwort ist ja. Gut, ich sage ja. Ja, auch da ist die Antwort ja. Und der andere hat aber das Problem, dass seine vier Kinder im Hintergrund rumturnen. Nee, nee, das geht bei mir. Also ich kann, was bei mir funktioniert. Hast du ein I-Pair? Und der Nächste hat das Problem, dass er, ich sage jetzt mal, endlich mal wieder seine Hausbar entdeckt hat. Michel. Die lobeln immer ich, guck doch mal dahin. Das weiß ich ja. Da kommt die Sonne. Das ist nur bedingt lustig. Also wir können tatsächlich aus genau dieser Not, dass wir wie immer ideenlos sind, uns einverlassen. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich nicht. Da kannst du lange drauf warten, weil ich habe längst mit John ausgemacht, dass wir zwei nie in einer Szene sein werden. Die Wand, mein Freund, die kann gar nicht so dick sein, gegen die ich dich spiele. Träum weiter. Why don't you have a cigarette, my friend? Corona-D-Shorts, finde ich. Absolutely fucking brilliant. Ganz ehrlich, ich hatte gerade einen kleinen Orgasmus. Ich dachte, das war so wahrhaftig. Das war so wahrhaftig. Ey, das haben wir doch im letzten Film gemacht. Ey, guck mal, ich sitze jetzt hier zu Hause, ja, und komme jetzt nicht raus und jetzt kommst du mit der Idee hier, Home-Video zu machen. Spiel denn gar nichts, Norbius Ives. Let's do a fucking English-Movie. We're gonna sell it to the world. Ja, genau. That's the fucking future. Und ich, ich finde wirklich, dass ich ein Film sehr, sehr, sehr gut mache. Ja, das ist das, was ich sage. Sie spricht in Englisch. Sie werden viel Haut, sie werden überall, sie werden alle Farben, sie werden alle Farben. Michal, du musst mal die Alex anhören, wenn sie Französisch redet. Das ist so geil. Ja, echt. Mein Leon, du musst mal die Alex anhören, wenn sie Französisch, du weißt schon, das ist viel, mehr... Ach, ich bin... Vielen Dank.